Die Maschine auf einer Belastung zu grüßen. Seit sie während der Fahrt einem Echthalz verschwunden, könnten wir sie dir und uns selbst vorhandenen Tüten zu benutzen. Falls diese nicht vorhanden sind, könnten wir sie dieses Jahr untertanken. Denn die Fahrt wird irgendwann ein Ende haben. Oh! Freunde! Freunde! Wir starten jetzt die Maschine! Haltet euch gut fest! Denn jetzt kommt die Rechnung!